Viele Leute, die sind der Überzeugung, wenn wir nur immer weiter innovieren, wird alles immer besser und wir haben immer spannende Jobs. Dann berufen sich die Menschen gerne auf die historische Erfahrung, bei der die Landwirtschaft im Wesentlichen verschwand und die Arbeitnehmer zu Industriearbeitern wurden. Wobei dann irgendwann die alte Industrie verschwand und diese Arbeitnehmer wurden alle Dienstleister und machten IT. Und jetzt hofft man, wenn dann die Maschinen immer intelligenter werden und wir Roboter haben, die fühlen und Roboter, die einfühlsam mit uns reden, dann werden wir schon tolle neue Jobs finden. Was die meisten nicht begreifen, ist, dass es einen fundamentalen Unterschied zu Innovation früher und Innovation heute gibt. Früher haben wir im Wesentlichen die Kraftseite mechanisiert. Wir haben Maschinen gebaut, die eine Million Mal so stark sind wie wir. Aber wir waren immer noch die Einzigen, die mit ihrer Intelligenz diese Maschinen einsetzen konnten. Und deshalb war unser Job, immer mächtigere Maschinen zu beherrschen. Flugzeuge, Kräne, Tanker. Wir waren die Einzigen, die das konnten. Jetzt beginnen wir eine technische Intelligenz zu entwickeln, die uns immer häufiger überlegen ist. Und diese technische Intelligenz kann im Besonderen auch die großen Maschinen bewegen. Das heißt, jetzt beginnt ein Prozess, an dem sich nicht von alleine erschließt, dass man uns noch brauchen wird. Das heißt, es kann durchaus sein, dass in der weiteren Verfolgung dieses Prozesses sehr viele Menschen ohne Job sein werden. Auch das muss kein Problem sein, wenn wir die Verteilungsfrage lösen würden, in einer Weise, dass Partizipation an der erzeugten Wertschöpfung nicht daran hängt, dass man als Arbeitnehmer beschäftigt ist. Bis heute ist das aber nicht so. Bis heute ist für die meisten Menschen der einzige legitime Weg der Partizipation eine einigermaßen vernünftig bezahlte Beschäftigung. Und hier tut sich ein riesiges Problem auf, das meiner Ansicht nach den meisten noch nicht ausreichend bewusst ist.